So, also bei uns ist heute ein Paket angekommen, anscheinend von dem User, und mal schauen, was da drin ist. Auf jeden Fall eine Vorsicht, dass er brechtlich war. Hm, vielleicht endlich mal Alkohol. Tut ja nix. Bist du krankenversichert? Dann haben wir da schon ein Paket vom Hegel drin. Für wen ist es denn eigentlich? Na, natürlich für dich. Ah, hat es was mit Dark Souls zu tun? Was finden wir jetzt raus? Bestimmt Zielwasser fürs Bogenschießen. Also hier steht auf jeden Fall noch Obacht, fragile Fracht. Wenn das Unaständiges ist, bitte sofort das Bild löschen. Nicht schlecht. Ist auf jeden Fall für dich. Ah, ein Bogenschütze, ich seh's schon. Jörg Langer, Meister im Dark Souls 3, Bogenschießen. Zeig mal her. Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Also da hat jemand meine Siegstrategie wirklich verinnerlicht und findet sie anscheinend toll. Ich glaube, er hat mir ein böses Wort dazu gesagt. Das kriegt natürlich einen Ehrenplatz. Vielen Dank, Hilde Trollo. Und dieser Trainingsanzug. Auf jeden Fall eine coole Idee. Ja. Ja. Shhh, pew, 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 pew.